Ich bin mal ganz froh, dass in diesen wilden Zeiten ein bisschen Abwechslung reinkommt und bin total glücklich, dass jetzt schon in der Greifswalder FC-Gruppe einige dabei sind. Ich hoffe, wir haben noch viel Resonanz. Ich freue mich auch, dass wir heute den Vorstand zusammen trommeln konnten und diese Runde mitmachen können. Wir schauen mal, wie wir die Kilometer durchhalten. Aber ich hoffe, mit wenig Wind, 15 km habe ich gelesen, sollte es denn wohl möglich sein. Also ich hoffe, die nächsten Tage auf einen regen Zuspruch seitens Greifswalder FC. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Von der Aktion her, als ich das gelesen habe, klar dabei. Die Vorstände müssen ja auch aktiv dabei sein. Auf jeden Fall Fahrradfahren besser als Auto. Allein ein bisschen Greifwatt schneller, gesünder und ich als mit dem Bürojob ist definitiv besser. Nach 40 Minuten, 12,5 km, das ist ein guter Start. Und das ist ein guter Start, ne? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.